ja grüßt euch leute hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf unserem kanal ja ich bin etwas angeschlagen erkältungsbedingt et cetera seht es mir ein bisschen nach wenn die qualität etwas beschadener ist ja ich versuche halt eben das beste letztendlich draus machen ja vor guten monat hatten wir das video hochgeladen mehrere projekte auf deinem helio meiner teil 1 und der plan war eigentlich da noch mal einen zweiten teil draus zu machen und ich muss ganz ehrlich sagen der zweite teil ist so gut wie obsolet weil es gibt was neues und ich muss ganz ehrlich sagen ich finde es richtig gut und genau das schauen wir uns jetzt mal oder vielleicht habt es auch schon im titel gelesen oder irgendwas ja worum geht es genau und zwar ihr kennt wahrscheinlich die plattform crank beziehungsweise bringt auch ich bin auch davon überzeugt dass viele von euch auch auf dem helm hotspot sich crank installiert haben weil dann war ja schon mal das dual mining möglich das heißt einmal hier einmal crank und crank hat jetzt sozusagen eine plattform mitgebracht wo man halt eben auch weitere projekte installieren kann und das finden wir eben richtig interessant also guckt euch mal ein falle die noch keinen crank haben ihr könnt crank auf eure sd karten flashen bei den meisten ihren hotspots ohne dass ihr selber crank dafür benutzen müsst könnt ihr quasi als open source plattform sozusagen nutzen wer sich halt eben hier reinkaufen möchte crank kostet glaube ich 250 dollar müsste investieren um bei crank mit aktiv dabei zu sein also ähnliches prinzip wie bei helium das heißt bekommt ihr auch rewards und bei uns läuft crank auch schon eine ganze weile von daher ein bisschen crank also wie gesagt meiner meinung nach ein projekt gar nicht mal so schlecht use case ist natürlich eine andere geschichte aber gut das ist halt eben bei vielen projekten so ja und zwar möchte ich euch mal zeigen was es neues gibt wer alles wer also von euch crank hat beziehungsweise crank benutzt geht jetzt einfach mal auf euren hotspot drauf das heißt eure ip adresse die findet ihr bei euch im router also dann machte doppelpunkt 7080 also eure ip adresse vom crank call spot doppelpunkt 7080 dann müsst ihr benutznahme kennwort eingeben das habt euch mal gesetzt dann kommt ihr hier quasi auf das dashboard von euren crankminer und dann geht ihr hier unten auf settings und dann habt ihr die möglichkeit hier test group participation sorry anzuklicken so als nächstes select version und machte zum beispiel hier beta 2024 0607 geht auf safe und jetzt fängt quasi euer hotspot an sich neu zu konfigurieren beziehungsweise lädt ein update runter das dauert jetzt natürlich ein paar minuten also müsst ein bisschen geduldig sein dadurch dass wir zwei hotspots haben geht es natürlich ein bisschen schneller beziehungsweise ich habe den anderen hotspot schon so weit vorbereitet das heißt das war es jetzt noch nicht der hotspot boot einmal komplett durch und dann ist er fertig und dann zeige ich euch das was ihr dann quasi seht genau wie gesagt hier geht auf safe wartet 23 minuten startet die aktualisierte seite nochmal und dann sieht das nämlich dann so aus das heißt das ist quasi ein anderes der sport jetzt ihr seht hier das gateway das sind quasi gateway informationen die ip adresse mac adresse etc etc und ihr seht auch system das finde ich relativ cool irgendwie muss ich sagen ihr seht jetzt hier quasi so die performance mehr oder minder ihr seht hier die cpu auslastung ihr seht die temperatur mit 57 grad scheint das ding ganz schön warm zu werden steht hier im fensterbrett wir haben aktuell 20 prozent am speicherverbrauch und halt eben 32 prozent new space also die sd karte hat quasi beziehungsweise sind 32 prozent quasi billig und ihr seht hier wahrscheinlich auch schon honeygain und crash läuft jetzt hier auch das heißt ihr habt dann hier drüben auf dieser seite multi mining das heißt ihr klickt hier drauf und habt die möglichkeit alle eins davon oder wie auch immer zu installieren also ihr seht hier ator ist dabei file condition grass ist dabei hier ist klar honeygain mysterium ponds app dann haben wir pifine network auch interessante geschichte pre-search als node dann repocket und wingbits das heißt diese ganzen projekte das sind insgesamt elf plus crank selber da haben wir insgesamt zwölf zwölf projekte auf einem hier im hotspot und das macht es halt eben richtig interessant sage ich jetzt mal ja und wir haben halt eben jetzt mal ein bisschen rum experimentiert das bei crash ist zum beispiel so ihr klickt hier drauf ihr werdet halt eben wenn ihr das einrichtet nur ihr müsst nur benutzernamen und passwort eingeben geht auf speichern dann wird dieser container also das hätte ich ja dann zweiten teil erklärt ihr hättet euch den container installiert nun ihr seht hier der container läuft ihr seht ihr es running ihr habt die ganze zeit die möglichkeit den zu installieren also quasi noch mal neu zu installieren und zu entfernen weil das alles eben auf docker was das ist beziehungsweise containern im linux spektrum ja und ihr seht ihr unten noch mal hier ist quasi das log dazu ihr seht was da letztendlich auch gerade passiert zum beispiel jetzt bei crash also christ läuft dann haben wir mal honeygain ausprobiert honeygain läuft aktuell nicht wirklich das ist ähnlich wenn ihr das installiert die gp-notennamen und passwort ein haben wir auch eine halbe stunde probiert hier ist api-aero-network-overused das heißt die ist über benutzt das heißt sie ist ein bisschen viel traffic aktuell drauf deswegen funktioniert das momentan nicht das wird sich aber wahrscheinlich einschwingen das heißt auf dem gleichen hotspot wo jetzt schon crash läuft wo crank läuft wo helium läuft läuft auch honeygain und dann habt ihr halt eben die möglichkeit einfach wenn du zum beispiel mysterium ihr klickt einfach drauf den der container ist noch nicht installiert ihr klickt jetzt hier auf install dann läuft das setup quasi los vielleicht mache ich dann noch mal ein extra video dazu oder keine ahnung hier vorms app ihr müsst ihr wahrscheinlich nur die benutzer zugangsdaten eingeben genau ihr meldet euch auf der seite an macht euch ein account gibt dann hier benutzt name und kennwort ein das heißt beziehungsweise erstellt ihr euch dort auf der seite und mit den credentials als mit den zugangsdaten meldet euch an geht auf das hat mit und schon wird der container installiert das heißt ihr müsst kein extra rechner laufen lassen pons app ist glaube ich sowas ähnliches wie honeygain wenn mich nicht alles täuschen müssen wir gucken ob wir mal rüber switchen können genau passives einkommen mit ungenutzter bandbreite genau muss man gucken ja also ihr seht ja auch das ist ähnliches wie honeygain wo ihr halt eben für ungenutzte bandbreite halt dementsprechend auch ein reward dafür bekommt das ist letztendlich alles nicht viel sage ich mal aber wenn man sieht 11 bis 12 projekte das ist halt eben so ein bisschen was ich halt eben bleppert ich sag's mal ganz einfach so wenn man bei pons.app ich glaube das sind müssten so um die 5 euro monat sein was man macht bei honeygain machen wir aktuell zwischen 10 und 15 da sind wir schon mal bei 20 grass das weiß aktuell kann er helium kommen mit allen hotspot auf 20 euro im monat da sind wir schon bei 40 ator das gucke ich mir natürlich auch noch mal an das ist auch relativ neu gucken was das bringt mit falcon station ja mal gucken wing bits ist bei uns schon aktiv ist halt eben manuell drauf installiert deswegen sieht mir nichts hier ist halt eben der vorteil ihr müsst einfach nur eure daten eingeben klickt ihr unten auf submit und schon wird euch quasi wing bits auf eurem meiner quasi installiert ihr müsst halt eben dazu noch die hardware anschließen das ist ja klar das haben wir in den wing bits video schon erklärt wir werden auf jeden fall uns mal ator anschauen was das ist seht ihr hier müsst den benutzernamen e mail und eure ethereum wallet angeben was das ist vielleicht läuft das vielleicht bringt das ein bisschen was ansonsten fall coin station habe ich richtig auch schon irgendwo gelesen gehört whatever müsste man letztendlich mal googeln aber ihr seht halt eben was es nicht alles gibt ein helm ist klar läuft bei fein network war halt eben wo ihr mit einem sensor ich war sie also mit dem indoor quality ist das glaube ich auch bei fein network das sind aber nur sieben cent am tag das war hat sich glaube ich nicht wirklich gelohnt ja repocket war tatsächlich auch irgendwie was in der richtung internet bandbreite was man scheren kann scheren muss müssen wir gucken wie pocket.com genau turn your unused internet into cash das heißt meldet euch ein installiert den container und ihr bekommt halt eben für eure ungenutzte internet bandbreite geht das ist auch nicht viel manchmal kann man das ein bisschen berechnen wie viel bei rum kommt manchmal steht es da hat er wirft vor da gibt er manchmal so einen rechner hier gibt es auch noch mal fünf dollar startbonus für das projekt eigentlich auch nicht schlecht sage ich jetzt mal ist aber eben traffic das ein bisschen naja ja ist jetzt also wie gesagt die ganzen projekte die ja da sind das heißt elf stück seht ihr hier plus crank selbst womit man auch geld verdienen kann sind seit eben zwölf für mich eigentlich wirklich eine coole sache probiert einfach mal aus da könnt ihr auf jeden fall mehr aus euren hier im hotspot rausholen und wenn man mal sagen wenn man wirklich pro naja pro projekt was mir haben autor keine ahnung was abwurf wenn wir mal von fünf euro pro projekt ausgehen ist das schon natürlich wieder was anderes wie nur allein die helium einnahmen ja aber das ist wie gesagt aber sehr spekulativ bei pfeil fall wären es wahrscheinlich keine fünf euro wenn ich das richtig gesehen habe aber müsst halt eben selber sehen selber entscheiden guckt solchen ruhe an bleibt ist es was für euch sorry ich bedanke mich auf jeden fall bei euch fürs zuschauen bis die tage bis später so ja 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 ja